Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Handwerkerkanal. Wir sind heute in Lunds und fahren wir am Lundsenseeboot. Wir haben hier die zweite Stufe mal eingelegt. Ich zeige euch jetzt kurz mal die erste. Die ist langsamer. Wie schön. Ich habe voll Angst, dass mein Handy reinfällt. Die gute A52 Kamera filmt das alles gut. Das da oben ist... Max, wie heißt der Berg da oben? Der Weißzinkenberg ist das da oben. Mich kann nicht die ganze Zeit so richtig filmen. Aber das ist mir zu langsam. Vollgas. Da hinten ist... Wir fahren echt schnell mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Auf den einseitigen Belastungsplatzwechseln ist verboten. Aber hier muss ich echt mal mit meiner kleinen Anweis herumfahren, um Lund zu sehen. Das kann ich euch leider nicht filmen. Ich muss hier heute noch baden, weil mir ist so heiß. Wir haben Gott sei Dank dieses Cap da hier drüber über dem Boot. Wir müssen ordentlich fahren. Ah, ich halte mein Handy jetzt so fest. Hoffentlich fällt es mir nicht rein. Ich mag mein Handy sehr, sehr unten im Boot erhalten. Der Teppich hier, hoffentlich haben wir kein Loch. Okay, wir müssen jetzt kurz einmal aufhören zu filmen. Da hinten ist eine schöne Seegroßeninsel. Die ist vom Lundzersee. Hier hinten ist dann nämlich gleich eine ganz, ganz gefährliche Insel deswegen. Und die Lundzerseebühne spielt wieder. Ich spiele immer so.